Hallo und herzlich willkommen. Im letzten Video habe ich euch ja mal kurz erklärt, wie ihr mit einem Text-Terminal zurechtkommt. Und dabei haben wir den CAT-Befehl benutzt, um von der Standard-Eingabe, dem Standard-Eingabe-Kanal oder STDIN, Standard-Input, im Regelfall ist das einfach die Tastatur, direkt in eine Datei zu schreiben. Das Problem ist hier natürlich, wir haben überhaupt keine Korrekturmöglichkeiten, wir können die Pfeiltasten nicht benutzen, wir können noch nichtmals was löschen, alles wird direkt in die Datei übertragen. Aber damit wir jetzt nun innerhalb unserer Texte navigieren, ausgewählte Bereiche lesen, neue Texte eingeben, entfernen oder korrigieren können, benötigen wir spezielle Software, also wieder ein Programm, und zwar einen Text-Editor. Ja, jetzt kann man sagen, was soll das denn jetzt überhaupt? Ich habe hier eine ganz tolle Textverarbeitungssoftware, mit der kann ich alles machen. Ja, aber für unsere Zwecke ist sowas wie Word absolut ungeeignet, denn da habe ich keine reinen Texte, sondern Texte mit Formatierung. Ich benötige aber den reinen Text. Und wenn man jetzt auch meint, so ein Editor, das ist doch ein Relikt aus der Computersteilzeit, ist das ein großer Irrtum, denn die waren damals auch schon ganz schön clever, selbst in den 70ern, wo diese ersten Editoren entstanden sind, waren die sehr schnell und unheimlich effektiv, also auch leistungsstark. Vielleicht einfach mal ein paar Basics zu einem Text-Editor. So ein Editor ist ein fundamental wichtiges Tool für alle Programmierer, Webdesigner und Administratoren. Ich will da gar nicht große Texte mitschreiben, sondern Konfigurationsdateien zum Beispiel. Jedes Programm, sei es noch so primitiv, hat einen Quellcode, einen Programmtext. Und der wurde von einem Programmierer mit einem Editor geschrieben. Webdesigner können zum Beispiel mittels FTP, also File-Transfer-Protokoll, aus einem Editor schnell mal auf den HTML, CSS oder PHP-Code der Webseiten zugreifen und im Bedarfsfall in Echtzeit ändern. Ein Administrator eines Unix-artigen Betriebssystems wie Linux oder OSX, also Apple oder Android, muss gegebenenfalls Konfigurationsdateien, Textdateien editieren. Ohne dem kommt er überhaupt nicht zurecht. Unter Windows ist das ein bisschen anders. Unter Windows wird alles an Konfigurationen in eine Datenbank gequetscht. Und da muss man suchen. Und meiner Ansicht ist das auch nicht nur sehr unübersichtlich, sondern auch gefährlich, weil jedes Programm muss natürlich, damit es laufen kann, auf diese Datenbank Zugriff haben. Also kann jedes Programm, was unter Windows läuft, auch diese Datenbank verändern. Und da schreit natürlich die Mailware oder der Virus Hallo. Und das ist bei Linux nicht der Fall. Auf einem Web-Server, auf einem großen Internet-Server, da hat jede einzelne Konfigurationsdatei, jede Textdatei, ihre eigenen Rechte. Diese Rechte bestimmen darüber, ob ich die überhaupt sehen oder lesen kann. Unter Linux gibt es hier sogar ein eigenes Verzeichnis. ETC, vielleicht schon mal gesehen. ETC heißt nichts anderes als Editable Text Configuration. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt überzeugt, wir brauchen jetzt einen vernünftigen Editor. Und dann nehme ich doch einfach mal wieder mein Terminal, mein Man-Befehl, mein Manual und gebe da mal Editor ein. Also Man-Editor. Und hier unter Linux Mint wird mir sofort der verbesserte VI, also der Vim-Improve vorgeschlagen. Der VI wurde in den 70ern entwickelt und galt damals als Standard-UNIX-Editor. Ende der 80er kaufte sich ein holländischer Elektro-Ingenieur namens Bram Molinar einen Amiga-Computer und auf diesem war ein VI-Klon drauf. Den entwickelte er weiter und veröffentlichte den VI-Improve, den verbesserten VI, als Open-Source-Projekt. Ich glaube, heute gibt es kein Betriebssystem, auf dem der VI nicht läuft. Also installieren wir ihn doch einfach mal mit sudo apt install vim und starten ihn mit VI. So, und da sind wir schon in unserem verbesserten Vim, den Vim-Improve, auch wenn wir nur VI eingegeben haben. Version 8.2, die neueste Version, die ich jetzt hier auf meinem Rechner installiert habe. Ich glaube, es gibt schon die 9er. Ich habe auf meinem Tablet auch ein Vim installiert. Und da ist es die 9er. Und das habe ich dann unter Thermux gemacht. Heißt das Terminal Emulation auf jeden Fall. Bei mir auf dem NAS läuft auch der VI, obwohl da noch nicht mal so ein Befehl wie LESS läuft oder das MANUAL. Aber der VI funktioniert. Wie gesagt, auf jedem Betriebssystem habt ihr diesen Editor zur Verfügung. Und damit kommt ihr auf jeden Fall weiter. Und deswegen wollen wir den ja heute auch nochmal ein bisschen behandeln. Mit Doppelpunkt Help haben wir die Möglichkeit, uns zu registrieren, beziehungsweise Informationen für unsere Registrierung zu bekommen, dass wir da mitmachen können. Da gibt es auch noch andere Befehle wie Doppelpunkt Help ICCF. Das ist dann eine Entwicklungshilfe für Kinder in Uganda. Auch ein Projekt von Bram Molina. Und so einiges mehr. Auf jeden Fall mit Doppelpunkt und Help kriegen wir Hilfe. Wozu auch immer. Zum Beispiel da unten sehen wir Help Version 8. Alles über diese neuere Version. Oder einfach nur Help, beziehungsweise F1 für die Online-Hilfe. Wir können da auch einfach nur H tippen, beziehungsweise Doppelpunkt. Und H-Doppelpunkt ist jetzt in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Und dann kriegen wir auch eine Hilfe. Der Doppelpunkt, der ist nämlich wichtig, um in einen anderen Modus zu kommen. Wir sehen unten, da steht normal. Und mit Doppelpunkt kommen wir in den Command-Modus. So, auf jeden Fall Doppelpunkt. Ganz, ganz wichtig im WIM, um den normalen Modus zu verlassen und in eine Kommandozeile zu gelangen. Und jetzt können wir H drücken. Oder wir drücken Q und dann ist die Sache jetzt gegessen und wir würden die WIM sofort wieder verlassen. Q immer für Quid. Das gilt bei vielen Programmen. Nein, wir drücken H. Das muss reichen. Und Enter. Und jetzt sind wir hier in der Hilfe. Haben die erste Datei Hilfe Text angezeigt. Und da steht auch was, wie wir uns bewegen können. Denn wenn man mit 10 Fingern schreibt, hat man die Zeigefinger einmal auf dem J und einmal auf dem F. Die Entfernung zu den Pfeiltasten ist ja viel zu weit. Mit J geht es also nach unten. Zeile runter. Mit K geht es wieder nach oben. J wieder nach unten. Mit L nach rechts. Und mit H geht es wieder zurück. Und so können wir hier navigieren. Wenn ihr Bock an Pac-Man habt, dann installiert doch mal Pac-Wim. Und da könnt ihr das dann mit diesen Tasten steuern. Pac-Wim läuft so ähnlich wie N-Invader auch im Terminal. So, und wenn wir hier mal schauen, da haben wir den ersten Befehl. SetMouse. SetMouse gleich A. Und ganz wichtig, Doppelpunkt. Das ist ein Kommandozeilenbefehl. Und damit schalte ich auch eine Mausunterstützung ein. Also kann ich im Text-Wim auch die Maus benutzen. Zum Beispiel zum Markieren. Wenn wir was markieren, dann haben wir wieder einen anderen Modus. Das ist der Virtual-Modus. Wir sind jetzt hier im Normal-Modus. Und durch Tippen mit J, K und L bewegen wir uns da drin. Im Normal-Modus. Jetzt ein bisschen weiter runter gehen. Dann sehen wir hier auch schon den Virtual-Modus, den Insert-Modus, den Kommando-Zahlen-Modus mit dem Doppelpunkt. Den haben wir ja vorhin benutzt. Hier ist der Doppelpunkt. Müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen. Hier oben sehe ich noch Bars. Das ist auch ein Beispiel, um einen Link in der Hilfendatei anzuklicken. Das soll ich mit, also Control steht hier, Control und eckige Klammer zu. Ich mache das mit Steuerung, eckige Klammer zu. Auf dem Mac ist es dann so, dass man Command und eckige Klammer zu nimmt. Bei mir ist es Steuerung, Alt-GR und die 9. Und schon bin ich jetzt zu diesem Bars-Link hingesprungen. Einfach nur für ein kleines Beispiel. Und mit Steuerung und O springe ich wieder zurück. Also nochmal, Steuerung, Alt-GR und die 9. Und wir springen zum Link und Steuerung und O. Und wir kommen wieder zurück. Und mit J, K, L navigieren wir nochmal weiter runter. So, und hier ist noch was Interessantes. In dieser Zeile bin ich hier hinten bei diesem You Will. Und ich möchte aber nach ganz vorne. Wie mache ich das denn? Ich möchte ganz schnell nach vorne. Also wenn ich jetzt ein bisschen schneller nach vorne will, als mit dem H, wo ich jeden Buchstaben einzeln abklappern möchte, könnte ich die Taste B nehmen. Und da springe ich ein ganzes Wort, Backwards. So, analog dazu vielleicht auch nochmal die Taste W. Da springe ich ein Wort vorwärts. Ups, jetzt bin ich ja wieder ganz am Ende. Also mit B zurück muss ich mehrmals drücken. Und wenn ich jetzt eine Zahl noch vor diesem B wähle, zum Beispiel die 4, und dann das B drücke, dann springe ich 4 Wörter zurück. Das kann sehr hilfreich sein, so was. Aber ich möchte jetzt am Anfang der Zeile, tja, mit W gehen wir wieder nach da ein. Und am Anfang der Zeile einfach die 0 drücken und dann seid ihr am Anfang der Zeile. Das Dollarzeichen, auch interessant, für das Ende der Zeile. 0 Anfang, Dollar Ende, B ein Wort zurück, W ein Wort vor. Und wenn wir jetzt noch eine Zahl davor setzen, dann sind das ganz viele, viele Wörter. Wieder die 0. Wir wollen ja am Anfang der Zeile auf diesen Link, STRG, ALT, GR und die 9 für die eckige Klammer. Und schon bin ich jetzt hier in der Quick-Referenz und kann da wieder weiter blättern. Können natürlich auch mit den Pfeiltasten arbeiten. Wie gesagt, das Ding hier arbeitet mit JKL und das geht auch wesentlich fixer. STRG und O und wir sind wieder zurück. Ich wiederhole das jetzt so oft, ihr könnt ja schon mal mit üben. So, gehen wir noch mal einen weiter runter. Da waren wir gerade in der Quick-Referenz. Hier gibt es noch ein Programm, das heißt Tutor. Ein 30-minütiges, interaktives, textbasiertes Programm, was euch eine Einführung in diesen Wim gibt. Und das gibt es auch in Deutsch. Da gibt man dann einfach ein Wim-Tutor und dann Leerzeichen.de. Da haben wir auch das Entwicklungshilfeprojekt und die Sponsoren. www.wim im World Wide Web und die Fehler, die natürlich immer wieder neu auftreten bei jeder neuen Version. Das ist in der Programmierung ebenso. User 1 Text ist dann über dieses Manual. Hier haben wir die ersten Schritte von Wim. Da sehen wir zum Beispiel, wie man sich in Wim bewegt. Da gehen wir vielleicht auch nochmal hin. in Steuerung, Alt-G, Ja und 9. Und da haben wir dann Word Movement. Das haben wir gerade gemacht. Wie wir uns mit einzelnen Wörtern bewegen. Da zum Beispiel www ist in diesem Fall drei Wörter weiter. BBB drei Wörter zurück. Und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten wie G und E. E für End. Wenn ich jetzt am Anfang von meinem Manual möchte, dann drücke ich jetzt einfach GG. Jetzt bin ich hier am Anfang dieser Datei User 3. Wenn ich Shift-G drücke, bin ich am Ende dieser Datei. Möchte ich wieder zurück, drücke ich STRG und O. Das solltet ihr jetzt langsam schon kennen mit dem STRG und O. So, geht immer noch weiter zurück. Jetzt bin ich ganz am Anfang meiner ersten Help-Datei. Um diese Hilfe jetzt zu verlassen, nehmen wir wieder den Doppelpunkt. Dann haben wir den da unten blinken. Also sind wir in der Kommandozeile, drücken Q ein. Jetzt verlassen wir WIM nicht, sondern wir sind jetzt wieder im WIM-Normal-Modus und haben mit Q die Hilfe verlassen. Wenn ich jetzt nochmal Q drücken würde, dann würde ich WIM verlassen. Mit VI geht es wieder in den WIM. Mit Doppelpunkt Q geht es heraus. Wieder in den WIM. Mit Doppelpunkt H habe ich die Hilfe. Ich glaube, sollte einleuchtend sein. Mit Doppelpunkt Q komme ich aus der Hilfe heraus. Mit Doppelpunkt Q komme ich dann aus dem WIM heraus. Mit STRG und L lösche ich meinen Bildschirm oder ich müsste Clear eingeben. Egal. So, wir wollen jetzt eine neue Datei eröffnen. Doppelpunkt Datei. Auch sagen wir mal Punkt TXT. Oh, die gibt es schon. Na, Doppelpunkt Q gehen wir heraus und mit RM löschen wir die Datei mal erst. Muss ich nicht, mache ich aber. RM Datei gelöscht. Oder wir nehmen jetzt einfach mal eine neue Datei. VI Datei. Unten steht jetzt Normalmodus Datei. Und die Datei wird jetzt neu erstellt. Jetzt ist noch gar nichts drin. Auch wenn mein Cursor da blinkt und das sieht so aus, als wäre eine Absatzmarke. Ist aber im Moment nicht der Fall. Da ist gar nichts drin. Wenn ich die jetzt wieder verlasse, ist sie, glaube ich, sogar weg. Was suchen wir es? Doppelpunkt Q. Wir sind draußen und geben jetzt mal L, S und D, A, T Sternchen ein. Suchen nach den Dateien. Ne, gibt es nichts. Also wir haben die Datei noch gar nicht eröffnet. Also gehen wir mit VI Datei, eröffnen die Datei und schreiben mal was rein. So, wie mache ich das jetzt? Ganz wichtiger Befehl. I für Insert. Wir verlassen den normalen Modus und kommen mit I in den Insert Modus für den Einfügen Modus. Steht auch wieder unten in der Zeile, in der Statuszeile. Wir sind jetzt im Einfüge Modus. Und jetzt kann ich hier einfach ein bisschen draus rumklimpern und die blauen Punkte dazwischen, das ist immer ein Leerzeichen. Das heißt, ich habe hier verschiedenste Wörter, die so interpretiert werden. So. Was Besonderes sind hier auch noch die Klammern. So, was kann man dann auch machen. Machen wir die Klammer wieder zu. Und da seht ihr, er hat die korrespondierenden Klammern sogar in einer anderen Farbe dargestellt. So, dann machen wir nochmal hier eine geschweifte Klammer hin oder eine eckige, so viel mehr. Und machen wir hier die eckige Klammer zu. So, und dann können wir hier tippen und tippen und tippen. Was auch funktioniert, ist die Backspace Taste. Alles wunderbar. Was auch funktioniert, sind die Cursor Tasten. Jetzt kann ich hier rumspringen, wie ich möchte. Entfernen Taste ist auch möglich. Wenn ihr noch lieber diese Tasten wollt. Aber wir wollen ja eigentlich schnell arbeiten. Und jetzt gehe ich aus diesem Einfüge-Modus mal raus. Das mache ich mit Escape. Und jetzt seht ihr, ich verlasse meinen Insert-Modus. Bin wieder in meinem normalen Modus. Jetzt haben wir schon drei. Nochmal zur Wiederholung. Jetzt ist der normale. Das ist der Command-Modus. Den verlassen wir aber auch wieder. Und mit I kommen wir hier in einen Insert-Modus. So. Escape sind wir im normalen Modus. Mit Doppelpunkt im Command-Modus. Und mit W würden wir jetzt diesen ganzen Kram in unsere Datei schreiben. Machen wir mal. W. So. Wurde in die Datei geschrieben. Er zeigt mir sogar an, wie viele Zeichen oder Blocks. Noch Prozentangaben, Zeilenangaben und so weiter und so fort. Apropos Zeilenangaben. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn ich jetzt programmieren möchte oder so. Hätte ich gerne mal meine Zeilennummerierung. Machen wir mal eben. Doppelpunkt. Set. Number. Number. Brauche ich gar nicht ausschreiben. NU reicht. Wupp. Und jetzt habe ich eine Zeilennummerierung. So. Wo möchte ich denn jetzt hinspringen? Ach. Ich möchte doch mal in die fünfte Zeile springen. Also Doppelpunkt. Und dann nehmen wir eine 5 ein. Und jetzt sind wir in der fünften Zeile. Da blinkt er. Jetzt möchte ich im Wort weiter. Einmal W gedrückt. Das Wort ist nur E. Nochmal im Wort weiter. Nochmal im Wort weiter. Jetzt möchte ich zwei Wörter zurück. 2 B. Zwei Wörter backwards. Jetzt möchte ich zehn Wörter vor. 10 W. Und dann sind wir zehn Wörter vorwärts gesprungen. So können wir ganz schnell navigieren. Jetzt möchte ich am Anfang der Zeile. Ich drücke die Null. Ich möchte ans Ende der Zeile. Ich drücke Dollarzeichen. Ich möchte ans Ende meiner ganzen Datei. Ich drücke Shift G. Großes G. Ich möchte am Anfang meiner Datei. Ich drücke GG. Kleines G. Also zweimal kleines G. Könnte an der Stelle vielleicht sechs Zeilen runtergehen. Versuchen wir es doch mal mit 6 J. Ja wunderbar. Ich bin sechs Zeilen runtergegangen. Also bin ich auf Zeile 7. Zwei Zeilen hoch mit 2 K. Und bin zwei Zeilen höher gegangen. Und hier seht ihr langsam, wie spannend auch diese Befehle J, K und L sind. Jetzt möchte ich vielleicht mal ein paar Zeichen nach rechts gehen. Sagen wir mal, wir nehmen sieben Zeichen. Also ich habe die sieben gedrückt. Und L. Sieben Zeichen nach rechts gegangen. So können wir hier ganz schnell navigieren. Jetzt will ich ein Zeichen löschen. Drücke ich Taste X. Gelöscht. Noch ein Zeichen löschen. Auch wieder gelöscht. Drei Zeichen löschen. Drei. Und die X sind drei Zeichen. Auch die beiden auch noch. Zwei. X sind gelöscht. Nochmal X. Leerzeichen auch gelöscht. So. Normalerweise ist das X gar nicht so zum Löschen gedacht. Das ist jetzt nur, um einen einzigen Buchstaben zu löschen. Gott. Jetzt wollen wir aber an dieses ganze Wort löschen. Wir erinnern uns. W war ja was mit Wort. Also um ein Wort weiter zu springen. Oder Wort. Mit D können wir was löschen. Delete. D und W. Und das Wort ist gelöscht. Das ist ja cool. Also gehen wir mal ein bisschen wieder zurück mit B. Und dann löschen wir jetzt mal zwei Wörter. Also zwei. Delete. W. Zwei Wörter gelöscht. Oh, das ist ein langes Wort. Das löschen wir auch nochmal. D, W. Wupp. Wort gelöscht. Och, das macht Spaß. D, W. Wort gelöscht. D, W. Wort gelöscht. Cool. Hm. Das Wort wollte ich gar nicht löschen. Was machen wir jetzt? Oh, für Undo. Ah, ich kann alles wieder zurück machen. Ich drücke hier ganz oft auf Undo und mache das alles wieder zurück. Jetzt bin ich da unten. Da habe ich auch irgendwie was gemacht. Naja, wieder ein Undo. Fertig. Ich bin zurück. Hm. Vielleicht wollte ich ja das doch machen. Steuerung und eher Redo. Oh, das wollte ich doch löschen. Das ist schon mal eine coole Sache. So, jetzt habe ich vorhin ein paar Klammern da rein gemacht. Wo waren die? Da ist eine Klammer. Jetzt gehe ich auf die Klammer. Und jetzt wird die andere Klammer auch schon angezeigt. Und mit Prozent, das ist so wichtig für den Programmierer, Shift und Prozent, springe ich zur korrespondierenden Klammer. Wieder Shift und Prozent. Jetzt bin ich wieder am Anfang der Klammer. So, und wenn ich jetzt hier drin was in den Klammern, dann drücke ich Change für Verändere, I für Insert. Und jetzt die Klammer. Und jetzt kann ich innerhalb dieser Klammern wieder was schreiben. Ihr seht, ich drücke Enter und er lässt diese Klammer da unten noch stehen. Das heißt, mit Change, mit C kann ich was ändern. Und jetzt habe ich sogar C innerhalb dieser Klammern. Ich weiß, ihr werdet euch diese ganzen Befehle gar nicht jetzt merken können. Es sei denn, ihr schreibt immer schön mit oder guckt euch das Video mehrmals an. Könnt ihr ja machen. Aber ihr könnt immer wieder Escape. Wir sind jetzt aus dem Insert-Modus raus. Doppelpunkt eingeben. Und H für Help und C für ein Change-Befehl. Oh, das geht ja. Super. Das ist ja geil. Doppelpunkt Q. Doppelpunkt Help. Wie war das noch mit dem Löschen? Irgendwas mit D. Ja, mit D können wir was löschen. Da steht auch wieder unser X. XD, delete text at motion. Also an der Position. Aber das D brauchen wir da gar nicht mehr. Aber da steht noch was mit DD. Auch das probieren wir doch mal aus. So, hier war was mit DD. Ich gehe mal in diese Zeile DD. Habe ich die ganze Zeile gelöscht? Ist ja cool. Nö. Nochmal rückgängig machen. Nochmal DD. Ganze Zeile gelöscht. Das heißt, wenn ich jetzt diesen ganzen Klammerbereich löschen will, dann habe ich Zeile 6, Zeile 7, 1, 2, 3, 4. Von 6 bis 10. Sind 4 Zeilen. Gehe ich hier oben hin. 4 DD. Weg. So, hatte ich 5 DD. Naja, machen wir ein X. Fertig. So habe ich dann auch wieder mit meiner Zahlen-Tasten-Kombination ganz oft Zeilen gelöscht. Shift D. Da war doch gerade was. Also mit einem Groß D. Shift D löscht bis zum Ende der Zeile. So, gehen wir da hin. Shift D. Ende der Zeile gelöscht. Geil, oder? So, dann springen wir mal ganz schnell mit der Null am Anfang der Zeile. So. Und mit Shift D haben wir die Zeile auch gelöscht. Von Anfang an. Aber gut, das hätten wir auch mit DD machen können. Wir wollen jetzt hier zum K springen. So, nehmen wir mal von da. Shift D. Zeile gelöscht. Ach, das machen wir aber alles wieder rückgängig. Ich habe so viel Schönes getippt vorhin. Ups, das war einer zu viel. Steuerung und R. So, jetzt ist alles wieder da. Wir sind jetzt zu korrespondierenden Klammern gesprungen mit dem Prozentzeichen. Wir können Wörter ändern. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir hatten ja diesen C-Befehl. So, jetzt habe ich hier ein Wort. Also mit DW könnte ich dieses Wort löschen. Mit U haben wir das Wort wieder da. Mit B gehe ich ein Wort zurück. Wir gehen ein Wort wieder vor. Sind wir wieder auf unserem Wort. Jetzt will ich dieses Wort ändern. Da mache ich C, W für Change Word. Das Wort ist gelöscht worden. Aber ich befinde mich automatisch im Insert Mode. Und könnte jetzt hier ein neues Wort hinsetzen. Klasse, ne? Escape, wieder raus. Die Zahlennummerierung möchte ich wieder ausschalten. Also mache ich Set No Number. Mal gucken, ob das klappt. Jupp, Zahlennummerierung ist weg. Und so arbeitet man mit diesem Editor. Einfach super schnell und genial. So, jetzt habe ich vielleicht noch ein Problem. Ich bin ja ein GUI-Kind. Also ich möchte grafische Oberflächen haben. Ich arbeite mit Fenstern. So wie Microsoft sein ganzes Betriebssystem genannt hat. Also möchte ich ein Fenster haben. Wie mache ich das denn? Ein neues Fenster. Ja, gibt es auch einen Befehl. Und zwar müssen wir mal schauen, ob wir den finden. Wir können ja jetzt mal so tun. Wir wissen nichts. Und machen wir einen Doppelpunkt. Und ein H. Und was hatte ich gesagt? Fenster hieß was mit Window, ne? H, Window. Ups, da habe ich eine ganze tolle Geschichte. Geschichte, Hilfe für Window. Und könnte die jetzt hier mal durchgehen. Was ist das? Ich kann hier irgendwie neue Windows erstellen. Und Windows zerteilen. Ich habe hier irgendwas mit einem Buffer. Hier sehen wir auch noch einen spannenden Befehl. Mit Vim-O, Pfeil 1, Pfeil 2, Pfeil 3. Kann ich drei Dateien mit einem Befehl öffnen. Und habe die alle innerhalb mehrerer Fenster in meinem VI. Das soll erstmal an Hilfe von den Fenstern reichen. Wir bauen jetzt uns erstmal ein Fenster. So, Doppelpunkt. SP. Was passiert jetzt? Split. Ich habe jetzt meine Datei auf zwei Fenster aufgeteilt. Das heißt, ich könnte jetzt hier, wenn das ein Riesending wäre, erstmal den oberen Bereich suchen. Mein oberes Fenster. Ich könnte aber auch, indem ich mit STRG W und dann, weil das dann nach unten. Jetzt bin ich im unteren Fenster oder ich klicke da einfach mit der Maus rein. Das geht auch, weil ich diese Mausunterstützung mit Z-Maus gleich on gemacht habe. Könnte ich jetzt hier auch mit verschiedenen Fenstern arbeiten. So, jetzt bin ich hier oben. Machen wir nochmal einen Doppelpunkt und machen wir mal ein VSP. Das ist ein Vertical Split. Jetzt habe ich hier oben zwei Fenster und die kann ich jetzt hier auch in meiner Größe verändern. Da steht überall das Gleiche drin. Das heißt, ich habe, jetzt sage ich mir, ach gut, zwei reichen. Ich will mal gucken, ob ich das hier oben vielleicht in dem Fenster ausführen kann. Und was kommt denn da raus, wenn ich jetzt mein Programm geschrieben habe? Na, wir machen mal was Neues. Ein Doppelpunkt wieder. Und gebe mal TER ein. Also T-E-R für Terminal. Und jetzt wurde dieses Fenster hier nochmal gesplittet. Hier, seht ihr die beiden. Und dann habe ich hier ein Terminal eröffnet. So, STRG und W. Jetzt habe ich wieder so ein Fensterbefehl eingegeben und Pfeiltaste nach unten. Jetzt bin ich hier in diesem Fenster. In diesem Fenster. Und das lösche ich jetzt. Doppelpunkt Q. So, das heißt, ich habe jetzt hier meine Dateien im Fenster. Ich habe jetzt hier meine Dateien im Fenster. Andere Positionen. Gar kein Thema. Und hier kann ich irgendwas ausfüllen. Zum Beispiel ein LS-Befehl. Cool, oder? Könnte ich hier sogar wieder mal einen WIM starten. Ne, das wird mir jetzt aber hier zu kompliziert. Deswegen gehen wir da raus. So, da habe ich wieder mein Fenster gesplittet. Einmal oben meine Datei und einmal unten meine Datei. So, hier unten machen wir jetzt vielleicht nochmal was. Und zwar, das ist ja vielleicht alles viel auf dem Bildschirm. Wenn ich viele, viele Fenster öffne, kann ich auch mit Tabulatoren arbeiten. Machen wir mal. Ein Tab E für Tab Edit. Und dann einfach Neu. Eine neue Datei. Wupp. Jetzt seht ihr plötzlich hier, habe ich meine Fenster für diese eine Datei. Und da habe ich einen neuen Tabulator. Da laden wir jetzt auch mal was rein. Doppelpunkt E für Editieren. Und wir wollen die WIMRC uns mal anschauen. WIMRC. Das ist nämlich die Konfigurationsdatei. So, jetzt habe ich hier meine Datei, die ich urin erstellt habe. In zwei Fenstern, die ich nochmal durchscrollen kann. Und da habe ich meine Konfigurationsdatei. Da seht ihr, ich habe hier schon einiges eingestellt, damit das schön bunt dargestellt wird. Automatischen Zeilenumbruch. Relative Zeilennummerierung. Gehen wir doch mal dahin. Ich klicke hier sogar mit der Maus jetzt mal drauf. Auf diese Hochstrichelchen. Denn Hochstrichelchen sind in WIM-Kommentare. Und drücke mal in X. Und jetzt ist das aktiviert. Set Relative Number. So, Vorsicht. Wir müssen das Ganze noch abspeichern. Mit W. Aber die Datei existiert ja bereits. Also Ausrufezeichen. Mit W. Ausrufezeichen überschreiben wir jetzt unsere WIMRC. Bub. Jetzt ist das Ding überschrieben. Und er setzt uns relative Zeilennummerierung. So, damit wir nicht neu starten müssen. Geben wir nochmal was anderes ein. Source. WIMRC. WIMRC. Also jetzt wird die WIMRC nochmal neu geladen. Und das ist jetzt auch eine raffinierte Sache. Schaut mal. Wenn ich hier mit der Maus irgendwo bin. Da ist dann Zeile 0. Und darunter beginnt dann die Nummerierung. Das heißt, ich weiß immer wie viele Zeilen ich hier ab da löschen darf. Muss ich noch nicht mal mehr rechnen. Mit Doppelpunkt Q. Gehen wir jetzt hier raus. Mit Doppelpunkt Q. Gehen wir da jetzt auch raus. Shift ZZ. Und dann ist man draußen. LS. Da ist noch in der Datei ein Bild. NeoFetch PNG. Auch sowas könnte ich mit WIM öffnen. Punkt. Da müsste ich dann binäre Optionen reinschreiben. Dann könnte ich das mir auch im Hexcode anschauen. Also ich habe jetzt hier mal eben ein Bild geöffnet als Binärcode. So, jetzt machen wir doch mal das eine nochmal mit VI. Und dann war da ein Minus O. Allerdings nehme ich jetzt kein kleines O, wie das vorhin in der Hilfe stand, sondern ein großes O. Und dann sage ich DAT1, DAT2, DAT3. Seht ihr? Ich habe drei Dateien geöffnet hier. Da. DAT1, DAT2, DAT3. Und überall könnte ich jetzt mit I wieder was reinschreiben. Ich sehe gerade DAT2, DAT2. Habe ich mich da vertan. Ja, ich habe die DAT2 wohl zweimal eingetragen. Und das ist jetzt hier doppelt. Und das wäre jetzt DAT2, DAT1. So, noch ein Modus. Ganz zum Schluss. Gehe in diese Zeile. Drücke V. Und jetzt kann ich hier so einen Bereich auswählen. Drücke Y. Dann ist das in die Zwischenablage eingefügt. Und jetzt drücke ich hier an der Stelle P für Paste und dann wird das alles nochmal da eingefügt. Wenn ich diese Zeile jetzt, wo ich jetzt hier bin, muss ich mal gucken, bin ich auch in Escape. Wenn ich die Zeile lösche mit DD, DELETE, LINE und jetzt hier drunter ein P mache, dann habe ich die da eingefügt. Geht auch. Also wenn ich was lösche, wird das erstmal in so einen Zwischenpuffer gesetzt. Jetzt machen wir mal hier ein P. Da ist mein Zwischenpuffer. Das erscheint jetzt zweimal, weil das ja hier zweimal die gleiche Datei ist. Ich kann jetzt hier hochscrollen und hier weiter bearbeiten. So, jetzt geben wir da mal ein 500P. Puff. Jetzt habe ich 500 Mal die gleiche Zeile hier eingegeben. Und mit Shift und G würde ich zur letzten Zeile springen. Jetzt habe ich natürlich hier diese relative Nummerierung drin. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Würde ich das Ganze nochmal wiederholen wollen, muss ich einfach nur den Punkt drücken. Und dann steht da 500 Zeilen mehr eingegeben. Nochmal. Also muss das jetzt hier schon eine ziemlich große Datei sein. Doppelpunkt W. Und Datei 2 wurde geschrieben. Mit Shift ZZ wird das verlassen. ZZ. ZZ auch verlassen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. LS. Irgendwas mit Dat. Sternchen. Da habe ich Datei 1, Datei 2. LS minus Lisa oder minus L würde ich erreichen. So. Da sehen wir, die hat schon ein paar Blöcke mehr. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch nochmal den WIM Tutor vorstellen. Also geben wir ein WIM Tutor. Und den müssen wir jetzt in Deutsch haben. DE. Willkommen im WIM Tutor. Version 1.7 DE. Und dann könnte ich hier mal schauen, was ich da machen soll. Das ist dieses interaktive Programm, das mir hilft, WIM zu lernen. Drücke Taste X. So was haben wir gemacht. Zum Löschen. Drücke I, um Text einzufügen. Drücke A, um Text zu ergänzen. Anzufügen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Quit. Gehen wir mal raus aus dem WIM Tutor. Erstmal STRG L. Und dann gehen wir mal VI 3 ein. Oder wir nehmen die 2. Die war ja schön groß. So, jetzt möchte ich hier irgendwie was ergänzen. Und zwar am Zeilenende. Das mache ich mit SHIFT A. Dann springe ich zum Zeilenende. Und dann könnte ich hier an der Stelle noch was einfügen. ESC. Bin ich wieder raus. Und wenn ich das gleiche hier einfügen möchte, machen wir einfach einen Punkt. Weil ich mit dem Punkt den letzten Befehl einfach wiederholt habe. Also mit SHIFT A kann ich am Ende der Zeile was ergänzen. Okay. Mit I mache ich einen Insert an einer bestimmten Stelle. Machen wir hier mal ein kleines I. Schreibe ich vor dem Cursor. ESC. Machen wir mal an einer anderen Stelle. Wie hier. Jetzt bin ich auf dem K. Ein großes I. Dann füge ich vor dieser ganzen Zeile was ein. ESC. Und A ergänze ich nach der Cursorposition. Also das kleine A benutze ich so gut wie nie. Ich nehme lieber das große A, um am Ende der Zeile was einzufügen. Also kleines I, um irgendwo an einer bestimmten Position was einzufügen. Zum Beispiel hier I. Da kann ich dann was einfügen. ESC. Großes A, um am Ende der Zeile was einzufügen. So, und dann wollen wir mal hier 100 Zeilen löschen. Ab da. Dann machen wir 100 DD. Upp. Gelöscht. Drücke ich nochmal den Punkt. Wurden wieder 100 gelöscht. Das sieht man jetzt nicht so. Soll das alles der gleiche Text ist. Obwohl doch, jetzt fällt es langsam auf. Okay. Mit Shift G kommen wir ans Ende der Zeile. Mit GG kommen wir zum Anfang der ganzen Geschichte. Mit V könnte ich das hier wieder alles markieren. Und mit Y könnte ich das in meinen Zwischenbuffer reinsetzen. Und mit Paste könnte ich das jetzt hier wieder dran setzen. Okay. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Dreher, der auch immer sehr hilfreich sein kann. Wenn ich jetzt hier das L löschen will, drücke ich ja X. Wenn ich das L wieder einfügen möchte, drücke ich P. Und jetzt habe ich dadurch mit XP, habe ich mal eben diese beiden Dinger umgedreht. Kann natürlich beim Programmieren mal schnell passieren, dass man irgendwie solche Klammern vertauscht oder sowas. Machen wir mal hier am Zeilenende nochmal sowas. Also ich vertausche diese beiden Klammern. Jetzt habe ich sie richtig hingeschrieben. Dann mache ich XP. So. Jetzt sind sie andersrum. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos zu diesem Thema sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann sagt mir wenigstens, was ich besser machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020